Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Pilgern, liebe Zuschauer, ist in den letzten Jahren wieder sehr aktuell geworden, modern geworden. Ob nach Kevela, nach Trier, nach Rom oder sonst wohin. Menschen machen sich auf, gehen zu Fuß oder fahren mit dem Auto, fliegen dorthin und gehen einige Schritte oder fahren oder mit dem Fahrrad. Wie auch immer bewegen sie sich zu einigen Pilgerorten. Unser heutiger Gast hat sich einem Weg und einem Ziel besonders verschrieben und das ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Über seine Erfahrung mit den Pilgern wird uns heute berichten. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Raimund Joos. Grüß Gott. Grüß Sie, ja, grüß Gott. Da hört man gleich, wo Sie her sind, aus Bayern. Da ist der Weg noch weiter nach Santiago de Compostela. Ja, wie sind Sie nun ausgerechnet daran gekommen? Was macht für Sie Compostela, Santiago de Compostela und der Jakobsweg denn so wichtig? Ja, da bin ich draufgekommen. Ich bin eigentlich zufällig draufgekommen wie die meisten eigentlich. Ich habe einfach irgendwie den Traum in mir gespürt. Das war 1992. Da hatte ich irgendwie Zeit geschenkt bekommen, hatte einfach irgendwie ein Praktikum ausgefallen oder sowas, dass ich irgendwas machen wollte. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte eigentlich laufen. Ich möchte laufen, Sonne und einfach nur laufen. Und da hat ein Freund mir gesagt, es gibt den Jakobsweg, mach doch den. Da habe ich gesagt, ja, genau. Das ist eigentlich genau das, was ich suche. Und da bin ich dann einfach losgezogen, habe den das erste Mal gemacht. Und ja, was er für mich bedeutet, also er hat jedes Mal was für mich was Neues bedeutet. Also manchmal habe ich den Glauben gesucht vor allem, manchmal war es für mich ein kulturelles Erlebnis, manchmal war es ein soziales. Und es hatte immer eine ganz andere Bedeutung. Jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, hatte ich eine neue Erfahrung. Also es war nicht nur jeden Tag eine neue Erfahrung auf dem Jakobsweg, sondern auch jedes Mal, wenn ich den Jakobsweg neu gemacht habe, war das eine neue Erfahrung für mich. Das schauen wir gleich mal ein bisschen genauer an. Aber erst mal, vielleicht weiß gar nicht jeder Zuschauer, was nun erstens der Jakobsweg ist, warum der nun auch so heißt und was denn nun Santiago de Compostela als Name und als Stadt auf sich hat. Also der Jakobsweg kommt von dem Apostel Jaktobus, dem Älteren, weil der Legende nach, ob das jetzt stimmt oder nicht, da streiten wir sich drüber, ist der in Santiago bestattet. Und weil es nach Santiago de Compostela geht, heißt es der Jakobsweg. Was ist der Jakobsweg aber im Inneren? Das ist, ich würde sagen, auch eine Einstellung, eine Art, wie man die Welt sieht. Das bedeutet für mich, pilgern, also zu Fuß zu pilgern. Das macht den Jakobsweg aus. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es nun diesen Weg gibt und dass Leute da nun auch hinlaufen? Hinlaufen, ja. Ja, also die Wurzeln von dem Jakobsweg sind also auch umstritten. Es gibt verschiedene Ideologien, verschiedene Glauben, die auch sagen, der Weg hat da seinen Ursprung. Es gibt welche, die sagen, es ist ein alter keltischer Weg und die Leute sind schon immer gegen Westen gelaufen, der Sonne nach, let's go West, also dem Licht nachzufolgen. Und das wäre dann früher, hätte dann dazu geführt, dass die Leute dann irgendwo nach Finisteria, also zum Ende der Welt gekommen sind, wo man geglaubt hat, das Ende der Welt. Die christliche Tradition ist die, dass man sagt, okay, der ist da beerdigt, der Jakobus. Und man geht da hin, um da einfach ihn zu verehren. Indem man einfach sich einem Ort nähert, der heilig ist, wo ein Heiliger ist, versucht man sich selbst auch heiliger zu werden, heiler zu werden. Und deswegen tut man sich symbolisch auf diesen heiligen Ort praktisch bewegen und versucht auch ein bisschen Schritte auf das Heil hinzuzumachen. Und weil irgendwann mal im Mittelalter der Weg nach Rom und nicht nach oben, aber nach Jerusalem blockiert war, hat man sich ein anderes Ziel gesucht. Und das wurde Santiago. Und deswegen ist dann Santiago immer wieder aufgelebt, ist dann irgendwann mal ein bisschen untergegangen, diese Pilgerreise, als zum Beispiel der Weg blockiert war in Frankreich. Oder Franco hat es auch teilweise auch schwieriger gemacht. Aber seit einigen Jahren ist der am Boomen. Und weil der Mensch da Antworten findet, der Moderne, die auf seine modernen Fragen, glaube ich, sehr gute Antworten geben, läuft mir diesen Weg in letzter Zeit immer wieder öfters. Das heißt, aus ganz Europa sind Leute dorthin gepilgert. Und diesen Jakobsweg, das ist dann nicht nur ein Jakobsweg. Also die meisten Leute, die vom Jakobsweg sprechen, die meinen eigentlich den Camino Frances. Das ist also auch, wo Kerkeling gelaufen ist, muss die meisten Bücher geben. Also der französische Weg. Genau. Nein, nicht der Französische. Der Camino Frances heißt der Weg der Franzosen. Das heißt, der kommt von den Pyrenäen und geht in Nordspanien nach Santiago de Compostela. Es gibt aber auch andere Strecken, zum Beispiel der Camino, die Via de la Plata. Das ist ein alter Römerweg. Da hatte ich dann dieses Buch drüber geschrieben, ein Führer über den Camino, die Via de la Plata. Es gibt eine Route, die von Porto kommt, also von Lissabon über Porto. Es gibt eine vom Norden und es gibt ein ganzes Netz an Straßen. Also zum Beispiel in Frankreich von Lepuy, sehr bekannt. Oder in Deutschland auch. Interessanterweise läuft der Jakobsweg, den haben sie jetzt neu ausgezeichnet, in meiner Stadt in Eichstätt. Der läuft praktisch 200 Meter an meinem Haus vorbei. Durch meine Universität. Die konnten den gar nicht verpassen. Ja. Ich war schon eigentlich immer auf dem Jakobsweg, nur wusste ich es nie. Ich habe das dann erst wieder gemerkt, als die ausgezeichnet worden sind, nachdem es in den letzten Jahren so populär geworden ist. Also der Jakobsweg beginnt eigentlich da, wo ein Mensch losläuft, in Richtung Santiago. Wie oft sind Sie denn losgelaufen? Oh je, ich kann es fast gar nicht mehr zählen. Also ich habe angefangen 1992 und bin seitdem, ich glaube, vier, fünf Mal gelaufen. Das meiste Mal auf dem Hauptweg, aber auch der Camino Via de la Plata und den Camino Portugues und dann den französischen. Insgesamt vier Mal bin ich gelaufen. Insgesamt bin ich so, oder ich fünf Mal und habe etwa so 5000 Kilometer hinter mich gebracht, im Großen und Ganzen. Meistens zu Fuß. Also es ist schon so eine Art Leidenschaft geworden. Ja, also man kann fast behaupten, es ist eine kleine Sucht. Sie haben eben schon mal kurz angefangen zu erzählen, wie es denn da überhaupt dazu gekommen ist. Sie hatten plötzlich einfach Zeit, damals, 1992 oder wann auch immer das genau war. Und Sie haben das Gefühl gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe, sich mal bewegen zu müssen, irgendwie unterwegs zu sein. Was steckt denn dahinter? Was heißt es denn, sich bewegen zu müssen? Und was haben Sie gesucht? Ist Ihnen das klar geworden? Also ich weiß nicht, das ist interessant. Die Leute, die haben uns das Gefühl, dass der Weg sie ruft. Es ist, also wenn man sich mal anschaut, der ganze Körper, nicht der ganze Körper, bis zur Hälfte, bis zur Hüfte, sind alles Beine. Der Mensch ist eigentlich gewohnt zu laufen. Das macht seine Erfahrung aus, zu laufen. Also wir haben so viele Wörter in der Sprache, die mit laufen zu tun haben. Es geht bergauf, es geht bergab. Man geht einer Frage nach. Und all das zeigt eigentlich, wie tief dieses Laufen, diese Erfahrung des Laufens in einem drin ist. Und was war das? Ich hatte einfach diesen tiefen Wunsch zu gehen. Und wenn man also geht, dann öffnen sich wieder auch die Augen. Man macht so Erfahrungen wie ein Kind. Man sieht, man sieht die Welt, man nimmt plötzlich wahr, was um einen herum ist. Und dann öffnet sich auch der Geist. Und man geht dann durch die Welt mit offenen Augen und wandelt sich auch selbst persönlich und wandelt sein Glauben, auch seine Spiritualität. Das heißt, so haben Sie es vermutlich erlebt, sonst könnten Sie es nicht so erzählen. Also bei dem ersten Mal, wie Sie da gegangen sind, wenn ich es richtig verstehe. Haben Sie plötzlich Dinge ganz anders gesehen? Ja, ich habe diese Dinge anders gesehen. Plötzlich war ich in Spanien. Ich habe die Welt anders wahrgenommen. Ich habe mich anders wahrgenommen. Denn wenn man die Welt anders sieht und wenn man andere Leute trifft und wenn man in andere Situationen kommt, erlebt man sich selbst auch anders. Öffnet man seinen Blick. Aber diese Erfahrungen und wie ich das jetzt erkläre, das ist nach und nach gekommen. Manche sagen, der Jagdbesweg beginnt in Santiago. Das heißt, wenn man diese Erfahrungen auf dem Weg gemacht hat, muss man darüber nachdenken. Muss man überlegen, was bedeutet das für mein inneres, eigenes, tägliches Leben. Und dann tut man diese Erfahrungen und wird erst wirklich sichtbar in solchen Formulierungen, wie ich sie jetzt zum Beispiel gebrauche. Nochmal, wie geht das denn konkret? Also Sie haben jetzt gesagt, man läuft. Okay, ist dieser Weg irgendwie ausgezeichnet? Wo kommt man denn da unter? Wen trifft man denn da? Was haben Sie denn da so alles erlebt? Was ich erlebt habe? Mein Gott, jede Menge. Also ich habe Menschen, ich bin Menschen begegnet. Ich habe, was ist eine Begegnung? Also wenn ich auf jemanden treffe auf der Straße, dann bin ich dem nicht begegnet. Ich habe den vielleicht gar nicht wahrgenommen. Wenn ich jemandem begegne, dann nehme ich Anteil an dem. Ich sehe ihn, ich versuche ihn zu verstehen, was er denkt, was er fühlt. Menschen bin ich begegnet. Ich bin Kultur begegnet, der Kultur der Spanier. Ich habe meine Zeit anders wahrgenommen. Also man kann Zeit verschieden wahrnehmen. Ich habe vielleicht die Geschichte auch anders wahrgenommen. Aber wieso plötzlich da? Auf dem Jakobsweg. Warum haben Sie plötzlich die Zeit anders wahrgenommen? Was war der Unterschied? Also ich denke, man geht auf dem Jakobsweg anders, als wenn man normal läuft. Also man kann, man erlebt Einfachheit. Also wenn ich nur noch einen Rucksack habe, wenn ich meinen Alltag hinter mir lasse, wenn ich die Dinge, die mein Leben schwer machen, war es in dem Sinne, zu Hause lasse und nur noch mich reduziere auf das wenigste, dann nehme ich Dinge plötzlich klarer wahr. Ich nehme die Struktur einfach klarer wahr, wenn ich weniger Dinge habe. Ich bin offener auf dem Jakobsweg. Ich gehe, also ich mache diese Geherfahrung. Ich werde sensibler für die Außenwelt. Und dadurch passiert es dann, dass ich alles so etwas klarer wahrnehmen kann und mich selber auch anders erkennen kann, auch Gott anders erkennen kann. Hat das auch damit zu tun, dass die Leute, die da auch unterwegs sind, also es ist ja offenbar richtig, dass es ein ganz bestimmter, festgeschriebener Weg ist, dass die ein ähnliches Ziel haben? Hilft das? Tauscht man sich aus untereinander? Das ist so. Also man, dadurch, es gibt ja auch dieses Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ich in diese Atmosphäre eintauche, dieser Leute, die suchen, die ihre Augen öffnen, dann hilft mir das auch unheimlich, diese Sache anders wahrzunehmen. Und okay, es gibt Pfeile auch, es gibt gelbe Pfeile, die überall sind, die mir das einfach auch klarer, deutlicher machen, mich zu orientieren. Ich muss mich mehr so suchen. Ich habe so ein bisschen auch die Illusion, dass es klar ist, wo der Weg lang geht. Das ist eine Illusion auch ein bisschen, aber es ist eine schöne Illusion auch, wo man auch viel lernen kann dabei. Und ja, das führt dazu, dass die Erfahrung sich einfach öffnet. Und letztendlich kann man nicht erklären, was das Tolle am Jakobsweg ist. Das ist ein Geschenk. Das ist für mich irgendwie ein heiliger Ort. Ich staune immer bei all dem, was Sie sagen. Sind Sie ja sehr schnell weg von den Dingen wie, ja, der Weg sieht so aus oder da gibt es eine Pilgerstätte am Weg oder so. Entschuldigung. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich finde ja erstaunlich, wie schnell Sie das für sich offenbar als eine spirituelle Erfahrung gesehen haben. Und bin dann schnell bei der Frage, ist das auch der Ursprung des Pilgerns? Was wissen Sie, warum überhaupt Leute angefangen haben zu pilgern? Ja, Pilgern gibt es schon im Alten Testament. Man hat verschiedene Bibelstellen, wo sich Leute den heiligen Orten nähern. Und ja, das ist einfach diese Erfahrung, gehen zu wollen und Gott im Weg zu erfahren, ja. Also im Wandel zu erfahren, ja. Ich weiß nicht, ob ich... Hat das auch was mit dem Gottesbild zu tun? Gottesbild, ja. Weil ich mir jetzt gerade so vorstelle, ja, ich kann ja nun auch, also es gibt ja auch Menschen, die ihr Leben lang, niemals aus einem ganz bestimmten Ort rauskommen, die können da ja auch Gotteserfahrungen machen, die können in ihrer Gemeinschaft sitzen und über bestimmte Dinge nachdenken, sich austauschen, meditieren und so, machen genauso Gotteserfahrungen. Aber macht derjenige, der wandert, macht der andere Gotteserfahrungen und hat der ein anderes Gottesbild? Also wenn ich Jesus zum Beispiel sehe, ja, Jesus war, man hat ja gesagt, er hat kein Nest. Er ist ja auch immer da unterwegs gewesen. Und wenn ein Mensch jeden Tag woanders ist, wenn er nach einer Woche aufhört zu sagen, ich gehe zurück nach Hause, sondern im nächsten Tag weitergeht, nimmt er die Welt anders wahr. Er nimmt die Welt als eine Welt im Wandel wahr. Und dadurch sieht er sich selbst auch ganz anders und die Welt. Und das hat Jesus ja auch gemacht. Er war ein Mensch im Wandel. Er war ein Mensch, der mit der Samariterin gesprochen hat. Und der, der an Orte war, wo kein Jude hingegangen ist. Und was ist das Christliche am Glauben, am Pilgern? Ich meine, man kann ja Pilgern aus verschiedenen Perspektiven heraus. Man kann Pilgern auch als Buddhist, einfach nur dieses Gen, dieses Spirituelle, ist ja in jeder Religion da. Aber was macht das besonders im Christlichen aus? Ich würde sagen, ich habe ja vorher gesagt, Pilgern ist was sehr basal Menschliches. Also dieses spirituelle Gehen, dieses Laufen. Der Mensch ist unterwegs. Er hat eigentlich keine Heimat. Er ist irgendwie aus dem Paradies vertrieben worden und ist seitdem eigentlich auf der Wanderschaft. Fühlt sich geistig so ein bisschen vielleicht hier oder da heimatlich. Aber genau das ist das, was der christliche Glaube die Antwort gibt. Jesus wird Mensch. Jesus geht auf den Pilgerweg des Menschen mit. Er ist jemand, der auf der Welt selber ist. Er ist nicht nur ein Pilgerführer, der jetzt irgendwie, wie das alte Testament sagt, ja, das musst du tun, um da und da hinzukommen. Sondern er geht selbst den Weg des Menschen. Und das ist das, was das Tolle an der christlichen Erfahrung als Pilger ist. Ich weiß, dass ich einen Gott habe, der mir auf dem Weg ist. Und da kommt sehr gut das heraus aus dieser Geschichte mit den E-Maus-Jüngern. Warum versteckt sich Jesus in diesen Weggefährten? Ich glaube, weil er sagen möchte, ich bin bei euch im Anderen. Ich bin unterwegs mit euch. Und passt auf, wenn ihr auf dem Weg unterwegs seid, auf dem Pilgerweg oder wo auch immer. Ich bin eigentlich derjenige, der mit euch auf dem Weg ist. Ist denn dann Pilgern für Sie Gottes Erfahrung oder ist das Selbsterfahrung? Oder ist das Erfahrung vom Nächsten? Oder ist es alles? Was ist es für Sie vornehmlich? Es ist eigentlich alles. Ich muss anfangen bei den unteren Dingen. Also erstmal Zeit wird anders erfahren. Raum. Ich gehe selber durch den Raum durch. Ich laufe durch den Raum. Ich will Natur anders erfahren. Ich nehme Natur als Geschenk wahr. Als Gegenwart Gottes. Ich kann Kultur als Gegenwart Gottes wahrnehmen. Aber ich muss ja nochmal gerade dazwischen. Das ist für mich immer noch nicht so ganz klar. Sie sagen, ich nehme Natur als Geschenk wahr. Das kann ich aber doch auch, wenn ich mich jetzt irgendwo an einen See setze, schön da drauf gucke und da hinten sind vielleicht Berge und dann fahre ich wieder nach Hause. Wieso muss ich dafür gehen? Ich kann das natürlich auch im Sitzen machen. Aber wenn ich, möchte ich mal bildlich gesprochen habe, die Größe der Welt mit meinem eigenen Schritt ausmesse, werde ich mir bewusst, wie groß die Welt eigentlich ist. Und wenn ich wahrnehme, wie Sonne und Wind jeden Tag auf mich einbrechen, kann ich das viel intensiver wahrnehmen. Und ich nehme es natürlich, wie ich gerade gesagt, auch im Anderen wahr, indem ich dem Anderen begegne, indem ich ihm praktisch die Gegenwart Gottes spüre, dass er ein Wegbegleiter für mich ist. Ich kann es wahrnehmen, indem ich verschiedene Erfahrungen mache. Ich kann Gott sehr viel auf dem Weg suchen. Das Wichtigste ist, dass man die Augen offen hält und schaut, wo ist Gott gegenwärtig auf dem Weg. Und das kann ich manchmal besser, als wenn ich irgendwo sitze. Da muss ich meine Augen öffnen. Und das kann das Gen, dieser ständige Wandel, sehr gut provozieren, diese Haltung. Also Pilgern ist Perspektivwechsel. Ja. Wenn Sie das jetzt schon so oft gemacht haben, welche Perspektiven haben sich dann immer mal wieder, nein, Sie haben sich gewechselt, aber welche neuen Erkenntnisse haben sich denn daraus ergeben? Können Sie das für sich so sagen? Aus dem Pilgern? Mhm. Also, ich möchte mal ausholen. Ich habe Leute getroffen, ich hatte auch ein Hörbuch mal gemacht. Ich habe die am Anfang gefragt, mit welchen Fragen lauft ihr los? Und da haben die mir gesagt, mit welchen Fragen sie loslaufen. Und als ich sie am Ende wieder getroffen habe, dann habe ich, habt ihr Antworten auf eure Fragen bekommen? Ich habe gesagt, nein. Aber ich habe inzwischen andere Erlebnisse gehabt und habe andere Antworten und andere Fragen inzwischen. Der Weg, die Fragen auf dem Weg, aber dann wandeln sich auch. Ich kann ein Ziel suchen und plötzlich ein anderes Ziel sehen und sage, okay, ist vielleicht besser das. Ich kann neue Erfahrungen machen und ich sollte zwar schon Fragen haben und mit Zielen loslaufen, aber ich sollte nicht zu sehr mich darauf fixieren. Aber was ich immer gemerkt habe, egal welche Ziele und welche Fragen ich gehabt habe auf dem Weg, ich habe immer irgendwie gemerkt, da ist irgendwas, was einen hält. Was Gegenwart ist. Im Alten Testament steht es ja auch so, ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin, sagt Gott zu Moses. Glaube ich, Moses ist es. Und das spürt man schon auf dem Weg, dass da irgendwie eine Gegenwart da ist. Und das ist, das ist die Erfahrung, die ich auf dem Weg gemacht habe. Ich wandle mich viel in meinem Leben. Und nicht nur auf dem Weg. Der Weg ist ja, der Jakobsweg ist nur ein kleiner Teil des Lebensweges. Aber irgendwie kann ich doch spüren, es ist immer irgendwas da, was einen hält und was einen wieder von einem Fall zum anderen führt. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, gerade durch die Bewegung merken Sie, dass es eine Konstante gibt. Kann man das so sagen? Könnte man so sagen, ja. Und die würden Sie Gott nennen? Ja, so könnte man Gott sich erschließen, ja. Also Gott, es gibt den einen Gott, der ja die Konstante ist. Jetzt nur aus meiner Pilgererfahrung gesprochen. Und der andere Gott, der mit uns unterwegs ist. Jesus. Also wenn ich von einem Pilger her denke, wie müsste ein Gott aussehen, der für mich als Pilger da ist. Der muss mit mir auf dem Weg sein. Und der muss im Grunde das Leben des Menschen verstehen. Und das ist Jesus. Also jemand, der konstant mit auf dem Weg ist, sagt man beides zusammen. Das ist ja die Dreifaltigkeit, dass Gott immer schon da ist, dass er Gott Mensch ist und dass er Geist ist. Und dieser Geist, der ist auch zwischen den Pilgern zu spüren. Also in der Kreativität auch, wenn ich was entdecke auf dem Weg, dann ist da auch Geist gegenwärtig. Ist der Glaube, im Grund gelegt wurde er ja vermutlich schon, bevor Sie sich auf den Weg gemacht haben. Hat sich denn daran jetzt was verändert? Ich weiß nicht, wie Sie groß geworden sind, was da schon... An meinem Glauben. Man wird sensibler, auch was der Glaube vor allem für eine Bedeutung hat. Ich möchte es mal an ein Beispiel bringen. Wenn ich über den Jakobsweg laufe und ich sehe lange Zeit nichts und irgendwann sehe ich eine Kirche, einen Kirchturm. Dann kann ich sagen, hoppla, Moment, da ist der Kirchturm. Da muss die nächste Kirche sein und in der Nähe der Kirche ist vielleicht die Herberge. Und wenn ich dann in diese Herberge, in diese Kirche komme und dort Ruhe finde und an der Herberge mein Haupt auf ein simples Bett legen kann, dann kann ich für mich erschließen, was Kirche für mich sein kann. Nämlich sein kann, nicht muss. Ort der Orientierung und der Zuflucht. Und dann frage ich mich, was bedeutet der Glaube für mich? Kann das für mich Zuflucht sein? Wo kann ich meine Zuflucht finden? Also ich kann mein Glauben auch deutlicher, auch kritischer vielleicht wahrnehmen, wo ich frage, wer kann Leute schlechte Wege führen? Gibt es zum Beispiel Leute, die behaupten, die kennen einen Weg, den sie überhaupt gar nicht kennen oder gegangen sind? Das sind dann die sogenannten Pharisäer, die Jesus nennt. Und diese ganzen Erfahrungen in ihrer Einfachheit, die ich auf dem Weg machen kann, die kann ich versuchen, in mein Glaubensleben auch zu übersetzen. Und meinen Glauben einfach auch dann reifen zu lassen. Und das geht sehr langsam vor sich. Aber die meisten Leute, die sagen doch, es geht vor sich. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf diese Erfahrung des Jakobsweges, dann geht man da auch Schritt für Schritt in seinem Glaubensweg weiter. Das heißt, der Weg ist für Sie eigentlich so ein Synonym für Leben. Ja. Und deswegen ist es nicht unbedingt, wenn Sie einmal den Weg gegangen sind, gehen Sie jetzt nicht hin und sagen, ich habe jetzt das Ziel und wenn ich das gemacht habe, habe ich das und das erreicht. So eher nicht. Ja, es ist schon gut, Ziele zu haben. Aber ich möchte mal bildlich gesprochen haben, sprechen im Sinne des Pilgerns. Es hat keinen Sinn, mit Konsequenz wochenlang einem falschen Ziel nachzulaufen, sondern es ist immer wieder notwendig, sich neu zu orientieren. Und ein Ziel, letztendlich steuere ich ja auch nicht ein Ziel an, sondern das, was ich von einem Ziel erwarte. Also es kann ja sein, dass ich ein Ziel erreiche und merke, hoppla, es ist ja nicht das Ziel, das ich gehabt habe. Ich wollte eigentlich spontan erleben, ich wollte glücklicher sein und das finde ich auf diesem Ziel nicht. Ich muss ein anderes Ziel suchen. Also die Frage war, glaube ich, geantwortet. Ja, Entschuldigung. Wenn Sie jetzt, also vielleicht haben Sie ja Leute jetzt neugierig gemacht, darauf mal diesen Weg zu gehen oder wegen mir auch jemand anderen, also einen anderen Weg. Es muss ja nicht unbedingt der Jakobusweg sein. Was würden Sie denn sagen, sollte jemand mitnehmen? Also innerlich, aber auch äußerlich. Was soll man denn in den Rucksack packen? Also in meinen Rucksack packen, da habe ich ja gerade ein Buch rausgegeben, das ist über den Jakobsweg. Das ist das Pilgern auf den Jakobswegen. Das habe ich geschrieben im großen Eifer. Natürlich kann man auch Führer mitnehmen für Nebenwege oder Hauptwege, die habe ich auch geschrieben für zwei, also für den Camino. Das heißt, Sie haben da etwas geschrieben, was man da reinnehmen konnte, wo sowieso alles schon drinsteht, was man in den Rucksack tun könnte? Genau, was kann ich im Rucksack nehmen? Dann laufe ich alleine, laufe ich zusammen? Das sind so Fragen, was nehme ich in den Rucksack? Und ich denke, der Rucksack müsste möglichst leicht sein, weil es sonst einem das Leben schwer macht und das Leben auch komplizierter macht. Okay, aber das sind so Detailfragen, die kann ich mir jetzt nicht verlieren. Aber was nehme ich in meinen spirituellen Rucksack rein? Ich hatte schon gesagt, es ist schon wichtig, Ziele zu haben. Man sollte aber diesen Rucksack auch nicht zu arg schnüren. Man soll auch überlegen, ob man seine Ziele vielleicht ändern kann. Okay, was brauche ich auch auf dem Weg? Das sind bestimmte Grundhaltungen. Das ist, wie ich gesagt habe, die Offenheit, die Einfachheit, dann der Wandel. Also wenn ich durch die Welt gehe, wenn ich wirklich laufe, dann erfahre ich oder erlebe ich die Welt. Das heißt, ich erlebe. Ich nehme so teil an der Welt, dass es ein Teil meines Lebens wird. Ich erlebe etwas. Also ich muss in der Lage sein, etwas zu begegnen. Offenheit, Begegnung, Spiritualität. Dass ich auch die Frage zulasse, was ist das, was mir so als Geist begegnet jeden Tag und wie kann ich dem nachgehen? Das muss ich in meinen spirituellen Rucksack reintun und dann durch den Weg tragen. Spannend. Ich bin mal gespannt. Wie viele Leute das jetzt mitnehmen? Ich hoffe, dass Sie einige neugierig gemacht haben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es so war und dass Sie auch dazu beigetragen haben, zu verstehen, was denn nun eigentlich hinter den Pilgern steckt. Es ist nicht nur reine Folklore, weil Menschen gerne mal unterwegs sind, sondern Sie wollen dabei was erfahren. Danke, dass Sie uns das mitgeteilt haben, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Alles Gute für Ihre Zukunft und liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Und ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Tschüss. 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 Tschüss.